Hallo zusammen. Die Jungliberalen, die Jugendorganisation der Partei FDP, will Inzest erlauben, also den entsprechenden Strafgesetzparagrafen der Inzest zwischen Geschwistern und zwischen Eltern und Kindern oder Großeltern und Enkeln verbietet, abschaffen. Wir werden in diesem Video besprechen, wie es erstmal zu diesem Internet-Hype gekommen ist heute und gestern, was die Begründung der Jungliberalen dafür ist, warum man Inzestparagrafen abschaffen möchte, das wollen wir uns im Detail anschauen, aber das ist wichtig allgemein, das hat nichts mit der FDP jetzt speziell zu tun und da werde ich euch zum Schluss noch erzählen von meinem Telefonat mit der Pressesprecherin der jungen FDP. Also es geht los mit diesem Screenshot hier. Beischlaf zwischen Verwandten, beschlossen am 34. Bundeskongress der jungen Liberalen, am 23. März 2007, ist also schon 13 Jahre her. Die Julis, also die jungen Liberalen, fordern die Aufhebung des Paragraf 173 Strafgesetzbuch Beischlaf zwischen Verwandten. Ja, es gibt einen eigenen Paragrafen im Strafgesetzbuch, der diesen Beischlaf verbietet. Wir schauen uns den mal an. Paragraf 173 hat drei Absätze. Erstens, wer mit einem leiblichen Abkömmling, also das heißt in gerader Linie, ja, also Sohn, Tochter oder Enkel, Enkelin, mit einem leiblichen Abkömmling den Beischlaf vollzieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Okay, schon ordentliche Strafe. Wer mit einem leiblichen Verwandten aufsteigender Linie den Beischlaf vollzieht, jetzt geht es also um die andere Richtung, von Kind aus zu Vater zu Großvater, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Okay, ist also ein Jahr weniger. Dies gilt auch dann, wenn das Verwandtschaftsverhältnis erloschen ist. Ja, das bedeutet zum Beispiel Adoptiv, jemand der adoptiert wurde, ein Adoptivkind, ist zwar immer noch biologisch natürlich das Kind seiner biologischen Eltern, gesetzlich aber nicht. Das nennt man erloschenes Verwandtschaftsverhältnis. Trotzdem ist Beischlaf zwischen einem Adoptivkind und seinen ehemaligen gesetzlichen Eltern, tatsächlichen biologischen Eltern auch verboten. Ebenso werden leibliche Geschwister bestraft, das gilt auch für Halbgeschwister, die miteinander den Beischlaf vollziehen. Und drittens, Abkömmlinge und Geschwister werden nicht nach dieser Vorschrift bestraft, wenn sie zur Zeit der Tats noch nicht 18 Jahre alt waren. Wenn es also mit noch nicht Volljährigen passiert ist, gibt es keine Strafe. So, und dieser Paragraf soll abgeschafft werden. Jemand hat diesen Screenshot von den FDP, ein Mitglied der FDP, der Jungliberalen genau gesagt, hat diesen Screenshot in Twitter nochmal gepostet und gesagt, ja, Abschaffung des Inzestverbots. Und darauf gab es einige Antworten, sowohl von rechten AfDlern als auch von anderen. Ist ziemlich hochgekocht, wie kann die junge Liberale sowas fordern? Und dann hat sich die Jugendorganisation in einem sehr ausführlichen Statement für Twitter-Verhältnisse jedenfalls dazu geäußert. Und in einem 12-Thread-Twitter, also 12 Twitter-Nachrichten hier, 1 von 12, haben sie erklärt, warum sie den Inzest-Paragrafen abschaffen wollen. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Sie schreiben als erstes, nach dieser Diskussion, schreiben sie, an alle, die glauben, wir würden zurückrudern oder uns schämen, weil wir Paragraf 173 StGB bei Schlaf mit Verwandten abschaffen wollen, das ist unsere Position und wir finden sie richtig. Warum? Ein Thread, 1 von 12. Warum sollte Inzest mit Freiheits- oder Geldstrafe bestraft werden? So lautet das erste Argument. Wo es doch bei diesem Verbrechen, in Anführungszeichen, keine Opfer gibt. Okay, das ist also ein Standardargument. Es schadet doch niemanden. Es gibt keine Opfer. Es ist niemand benachteiligt. Also kann es kein Verbrechen sein. Also darf man es nicht bestrafen. Kleines Problem. Es schadet vielleicht doch jemanden, was sie hier völlig überschlagen. Und zwar genau denen, die es begehen, den Beischlaf miteinander im engsten Familienverhältnis. Wir reden hier natürlich nicht von dem, was manchmal als Inzest bezeichnet wird im Umgangssprachlichen von manchen, wie zum Beispiel zwischen Cousins. Das ist in Deutschland erlaubt und ist nicht als Inzest bezeichnet, sondern gemeint ist zwischen Geschwistern oder zwischen Eltern und Kinder oder Großeltern und Enkeln. Es könnte denen schaden. Genau denen könnte es schaden. Warum? Es könnte zu schweren psychischen Auswirkungen kommen. Es könnte zu schweren Störungen kommen des Verwandtschaftsverhältnisses, des familiären Verhältnisses. Was heißt könnte? Es ist quasi garantiert. Es gibt keine Sexualbeziehung ohne soziale Auswirkungen. Das ist in der Sexualforschung sehr gut bekannt. Wenn es eine Sexualbeziehung zwischen zwei Menschen gibt, dann hat das soziale Auswirkungen. Dann ändert das ihre Beziehung. Und wenn das zwischen Vater und Tochter passiert, oder zwischen zwei Geschwistern, dann haben sie keine geschwisterliche Beziehung mehr und dann haben sie keine Vater-Tochter-Beziehung mehr, keine Mutter-Sohn-Beziehung mehr. Und das könnte sehr schwere Auswirkungen haben, nicht nur auf sie, psychologisch, sondern natürlich auf ihr gesamtes Umfeld und auf die ganze Familie, die sehr groß Leidtragende wären. Nicht vergessen, Familie ist besonders geschützt im Grundgesetz. Hier wäre also ein Opfer offensichtlich. Sie selbst, die dieser psychischen Störung nachgegangen sind und dadurch in eine unumkehrbare Falle gelaufen sind und ihr ganzes familiäres Umfeld. Gut, kommen wir zum Argument 2. Wenn zwei einwilligungsfähige Personen sich entschließen, Sex zu haben, dann kann man das verwerflich oder eklig finden. Letztlich geht es den Staat und Gesellschaft aber nichts an. Warum geht es ihnen nichts an? Wir haben alle möglichen Paragraphen, die nur zwischen zwei Personen oder vielleicht sogar nur eine einzige Person betreffend sind. Beispielsweise harte Drogen zu konsumieren. Der reine Konsum ist zwar straffrei, aber sie zu erwerben, damit zu handeln, da irgendwie ranzukommen, sie zu besitzen, alles illegal. Warum soll es illegal sein? Deswegen, weil es Schäden gibt, weil es große Schäden gibt, nur für diese einzelnen Personen im Falle von harten Drogen zum Beispiel. Und man deswegen nicht einfach sagt, so hier, viel Spaß mit deinem Schaden, du hast große psychologische Probleme, stirbt mit deinem Schaden, verursacht Chaos, kein Problem. Nein, der Staat ist ja gerade dafür da, um Ordnung und Sicherheit und solche Probleme, die Menschen haben. Und Menschen können so schwerwiegende psychologische Probleme haben, wie diese ganze Inzestproblematik leider zeigt. Da geht der Staat rein und sagt, nein, wir ordnen das, wir verbieten das, wir bieten Leuten Hilfen an, aber wir fördern das nicht und wir zeigen durch das Strafgesetzbuch klar, hier Barriere, hier ist eine eindeutige rote Linie, das ist verboten. Das heißt, dieses Argument, zwei wollen miteinander machen, was sie wollen, das geht dem Staat nichts an, ist Schwachsinn leider. Nächstes Argument, vier, Inzest führt nicht zwingend zu Inzucht. Nicht jeder Geschlechtsverkehr führt zu Empfängnis. Dies kann verhindert werden oder sogar unmöglich sein, wenn ein Partner unfruchtbar ist. 173 Strafgesetzbuch ist in sich selbst widersprüchlich. Also das stimmt natürlich, nicht jeder Geschlechtsverkehr führt zu Empfängnis. Und wenn man also das Argument nennen wollte, dass es ein großes Problem gibt, wenn Kinder daraus hervorkommen, dann könnte man ja sagen, ja, nee, es müssten ja keine Kinder dabei rauskommen. Es geht gleich weiter, deswegen führen wir das zusammen. Er bestraft nur den Geschlechtsverkehr, aber nicht das Kinderkriegen an sich oder die künstliche Befruchtung. Die Vorschrift verfolgt keinen rationalen Zweck, sondern ist ein Relikt aus einem Moralstrafrecht. Wer Inzucht mit dem Argument, eines erhöhten Risikos für Behinderungen verbieten will, betreibt menschenverachtende Eugenik und müsste konsequenterweise auch allen Menschen mit vererbbaren Nachteilen die Fortpflanzung verweigern. Moment, ganz kurz Stopp. Nein, das ist falsch. Also zunächst einmal, ja, Empfängnis kann verhindert werden oder kann auch unmöglich sein. Paragrafe sind sich selbst widersprüchlich, verstehe ich nicht. Da geht es gar nicht darum in den Paragrafen. Habt ihr euch vielleicht verlesen. Er bestraft nur den Geschlechtsverkehr, nicht das Kinderkriegen oder die künstliche Befruchtung. Ja, aber künstliche Befruchtung hat seine eigenen Gesetze und künstliche Befruchtung bei Geschwistern geht nicht, ist nicht erlaubt. Die Vorschrift verfolgt keinen rationalen Zweck, sondern ist ein Relikt aus einem Moralstrafrecht. Eine merkwürdige Einstellung zum Thema Moral, als wenn Moral nichts mit Rationalität zu tun hätte. Ja, Moral sind also willkürliche Festlegungen aus Relikt, aus einer antiken Zeit, aus dem Mittelalter, so kommt es rüber. Und das hätte nichts zu tun mit Rationalität und entsprechend nichts zu tun im Gesetz. Das ist nicht die Vorstellung von Moral und von Ethik. Wir kommen gleich noch dazu. Sie bringen das Argument nämlich selber. So, und wer jetzt Inzucht mit dem Argument der Behinderung verbieten will, da sagen sie, ja, dann darfst du auch niemandem was erlauben, der vererbbare Krankheiten hat. Nein, hier gibt es ein kleines Problem. Wenn ich jemanden verhindere, einen Sexualpartner zu haben, der vererbbare Krankheiten hat, der vielleicht gar keine Kinder kriegen will, aber es besteht auf jeden Fall das gewisse Risiko, das ist klar, wenn man eine Sexualbeziehung führt. Wenn ich das verbiete, dann verbiete ich ihm erstens Nachkommen, prinzipiell, weil er eine Krankheit hat, und ich verbiete ihm auch Sexualbeziehung. Das tut der Inzestparagraf ja gar nicht. Er verbietet nur den Beischlaf mit ganz bestimmten, sehr wenigen Leuten, aber mit ganz anderen Menschen können die Beziehungen haben, können die auch Nachkommen haben. Also dieser Vergleich ist völlig absurd. Und ja, wenn man so eine schwerwiegende Auswirkung hat, 50% oder mehr mit schwersten Behinderungen, und es wäre ganz locker zu vermeiden, indem man andere Partner hat, dann ist das ein Thema, was man nicht einfach wegwischen kann. Dann, wen schützen wir durch die Strafbarkeit von Inzucht, äh, von Inzest aus resultierender Inzucht, das Kind, das aufgrund dieser Regelung ja nicht gesund, sondern gar nicht auf die Welt kommt, oder etwa die Eltern, die damit ins Gefängnis müssen, die Vater und Mutter, die ins Gefängnis müssen. Also mit anderen Worten, dieser Strafgesetzparagraf, der schützt niemanden, weil das Kind würde ja gar nicht auf die Welt kommen, das schützen wir also nicht. Ein bisschen unklare Logik, müsste man sich nochmal überlegen, ob das eine sinnvolle Logik ist, und dann sollte man vielleicht eher beim Thema Abtreibung voll reingehen und dort die Kinder schützen. Oder die Eltern, die Eltern, die armen Eltern, die Geschwister oder Vater, Tochter, die sollen dann ins Gefängnis, ist das denn gut? Der Strafgesetzparagraf schützt Menschen, und zwar schützt jene, die diese psychologischen Probleme haben, schützt die ganze Gesellschaft davor, so wäre die Hoffnung, wenn er dann verbleibt, diese rote Linie zu überschreiten und das Schritt für Schritt als eine Normalität zu präsentieren, bis hin sogar zu etwas Positiven oder einer gesellschaftlichen Norm. Genau diese Abfolge kennen wir doch schon. Erst wurde Homosexualität straffrei, dann wurde es kulturell, oder gleichzeitig, wurde es kulturell im Vorhof der Politik, in Serien oder in Filmen und in Romanen immer mehr dargestellt. Immer häufiger kam es vor, erst negativ konnotiert, durchaus in Krimis, kann ich mich erinnern, negativ konnotiert, dann aber mehr und mehr positiv konnotiert. Zum Schluss sogar Ehe für alle und absolute gesellschaftliche Akzeptanz, die man wenigstens von oben herab aufoktroyieren möchte. So ganz hat das noch nicht geklappt. Am Ende wird durch Strafbarkeit für niemanden etwas besser. Ja, haben wir schon behandelt. Auch der Ethikrat, oh, der Ethikrat der Bundesregierung, des Staates, ist schon 2014 zu der Empfehlung gekommen, den Paragrafen 173 StGB abzuschaffen. In Frankreich steht ein Inzest nicht mehr unter Strafrecht. Ja, Frankreich interessiert uns nicht. Aber der Ethikrat, also der Ethikrat ist eine Kommission von 26 Mitgliedern aus verschiedenen Bereichen von Wissenschaft, Religion und Theologie und so weiter, der von Bundestag und von Bundesregierung bestimmt wird, vorgeschlagen wird, vom Bundestagspräsidenten ernannt wird. Und diese Leute, die ethisch Dinge bewerten sollen, es gibt ein eigenes Gesetz dafür, die sind also schon 2014 zu der Empfehlung gekommen, Paragraf 173 StGB abzuschaffen. Sagen die jungen Liberalen. Stimmt aber nicht. Schauen wir uns die Aussage an. Pressemitteilung von 2014. Ethikrat empfiehlt mehrheitlich eine Revision, nicht Abschaffung, eine Revision des 173 StGB zum einvernehmlichen Geschwisterinzest. In seiner heute veröffentlichten Stellungnahme zum Thema Inzestverbot plädiert die Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Ethikrates dafür, den einvernehmlichen Beischlaf unter erwachsenen Geschwistern zukünftig nicht mehr unter Strafe zu stellen. Das Argument des Ethikrates ist kurz. Unter Geschwistern existiert das in Deutschland nur, wenn es Halbgeschwister waren, die zusammen nicht aufgewachsen sind, die dann zusammengekommen sind, Gefühle entwickelt haben füreinander, die aber nicht wirklich als Geschwister miteinander gelebt haben, die sind aber auch betroffen von dem Paragrafen und deswegen sollte man ihn abschaffen, weil es andere Fälle zwischen tatsächlichen leiblichen Geschwistern, die gemeinsam aufgewachsen sind als Geschwister, nicht gibt. Würde ich trotzdem nicht zustimmen, aber das ist jedenfalls die Aussage des Ethikrates, nicht des ganzen Ethikrates, sondern nur einer Mehrheit. Eine Minderheit von neun Mitgliedern ist dagegen gewesen und hat auch hier ausführlich begründet, warum sie dagegen sind. Unter anderem deswegen, weil diese Barriere, diese rote Linie dadurch überschritten wird und man Angst hat davor, dass immer weiter, weiter Schranken überschritten werden, was auch eine logische Folge ist. Aber, sowohl die Mehrheit als auch die Minderheit sagen explizit, die Empfehlung der Mehrheit des Deutschen Ethikrates berührt hingegen nicht die Frage, inwieweit auch die Strafbarkeit des Inzests zwischen Eltern und volljährigen Kindern aufgehoben werden sollte. Was natürlich ein wesentlicher Teil ist des Strafgesetzparagrafen und tatsächlich auch der Teil, der regelmäßig vorkommt, in den Medien immer wieder vorkommt. Vater mit Tochter ist der häufigste Teil. Das kommt leider immer, immer wieder vor und diese Fälle werden vor Gericht auch mit dem Inzestsparagrafen behandelt und der Vater entsprechend verurteilt. In manchen Fällen auch die Tochter, was allerdings durch reine Vergewaltigung etc. nicht beizukommen wäre, denn da stünde höchstens Aussage gegen Aussage, wenn es denn überhaupt von einer von beiden behauptet werden sollte. Also hier, der Instagram sagt explizit diese Sache Eltern mit Kinder wollen wir nicht anschauen. Genau das Gegenteil von dem, was die jungen Liberalen behaupten. Sie behaupten, der Ethikrat hat er empfohlen, den Paragrafen abzuschaffen. Stimmt nicht, hat er nicht. Warum behauptet er das? Okay. Nächstes Argument. Ganz ehrlich, was hält euch davon ab, mit euren Geschwistern ins Bett zu gehen? Paragraf 173 oder eure moralisches Empfinden? Also Moral findet ihr ja nicht so wichtig, ist ja keine Rationalität. Die Strafbarkeit von Inzest macht keinen Schaden wieder gut, schützt kein Opfer und wird Inzest nicht verhindern. Dieses Argument, ihr geht doch nur deswegen nicht mit euren Geschwistern ins Bett, nicht deswegen, weil es einen Strafgesetzparagrafen gibt, sondern weil euer moralisches Empfinden sowieso so ist. Das ist ein richtig schlechtes Argument. Dann brauchen wir das halbe Strafgesetzbuch nicht mehr. Also ich töte zum Beispiel auch nicht jemanden, weil es im Strafgesetzbuch steht oder Vergewaltigung oder so. Selbst wenn ich nicht total davon käme und man es mir nachweisen könnte, tue ich das nicht. Also das Strafgesetzbuch würde in diesem Fall gar nichts helfen. Soll man deswegen vielleicht im Strafgesetzbuch Mord und Totschlag abschaffen? Soll man solche Dinge wie Drogenkonsum abschaffen? Also das Verbot von Besitz und von Handel und von Erwerb von Drogen. Soll man das abschaffen, weil es gibt doch die allermeisten von euch, werden doch durch ihre eigene Moral sowieso davon abgehalten. Also brauchen wir den Strafgesetzparagrafen nicht. Nee Leute, so funktioniert das nicht. Es gibt nun einmal Menschen, es gibt psychologisch schwer angeschlagene, neurotische, krankhafte Menschen, die sind in Umständen, die das begünstigen und in denen sie nicht davon abgehalten werden. Und der Strafgesetzparagraf ist gerade dafür da, um diese Fälle erstens zu behandeln und zweitens diese so wichtige Schranke und Barriere auch in einem Gesetz gegossen zu haben. So, weiter. Der Inzestparagraf ist ein Abbild religiöser Moralvorstellungen und gesellschaftlichen Ekels. Beides ist kein Argument für eine Strafbarkeit. Ja, das erste religiöse Moralvorstellung, da haben sie an sich natürlich recht. In den Religionen ist es klar, dass diese Art von Inzest, Geschwister miteinander, Vater und Tochter oder homosexuelle Variante, Vater und Sohn, dass das natürlich verboten ist, klar. Und in dieser Gesellschaft ist ja Atheismus total dominierend. Religionen spielen keine Rolle und solche Schranken lassen sich atheistisch kaum noch halten, muss man zugeben. Das ist dann nur noch eine pure Meinung. Ekel kann auch kein Argument sein, wobei nicht jeder Ekel falsch ist. Es gibt Arten von Ekel, die muss man den Menschen aberziehen und es liegt in der Natur, diesen Ekel zu haben, den man zum Beispiel auch vor homosexuellem Geschlechtsverkehr hat. Spricht man nicht gerne drüber, will keiner offen sagen, haben aber fast alle Menschen. Und abschließend, nein, wir finden diese Forderung nicht deshalb richtig, weil wir mit unseren Geschwistern oder Eltern ins Bett wollen und nein, sie ist auch nicht unser wichtigstes Anliegen, aber wir finden die Forderung richtig und vertreten sie selbstbewusst. Ja. Das ist also die Kurzargumentation, haben wir jetzt analysiert, ist nicht viel hängen geblieben, ehrlich gesagt. Das wesentliche Argument lautet, zwei Erwachsene sollen miteinander machen, was sie wollen. Dieses Argument, was auch zur Legalisierung von Homosexualität geführt hat, also zum homosexuellen Beischlaf, wenn das das Argument ist, dann ja, dann haben sie recht. Und dann ist es auch unfair, warum Inzest zwischen Vater und Tochter, wie gesagt, Vater und Sohn, warum das verboten sein soll, warum das strafrechtlich verboten sein soll. Es gibt natürlich sehr gute Argumente, die ich gerade genannt habe, aber diese Argumente können eigentlich in der Logik des Atheismus, in der Logik, die diese Gesellschaft gerade dominiert, nicht verfangen. Da haben sie an sich schon recht, auch wenn hier einige Beispiele und einige Aussagen über Ethikrat falsch waren. Gut, dann schauen wir uns nochmal ein bisschen was an. Das Problem ist ja, die Ehe leidet immer weiter und weiter. Wenn man nämlich dieses Argument durchzieht und dann die Straffreiheit hat für Inzest, ja, dann muss man doch auch die Ehe öffnen für inzestiöse Beziehungen. Warum sollen nicht Vater und Sohn, ich mache extra dieses krasse, ekelhafte Beispiel, warum sollen nicht Vater und Sohn gemeinsam heiraten dürfen? Warum nicht? Welches Argument spricht dagegen? Nach der Homo-Ehe und der Ehe für alle gibt es kaum noch ein Argument dafür und die Familie verfällt natürlich und die wichtige, so wichtige Bedeutung der Familie für die Gesellschaft wurde leider immer weiter verkannt, immer weiter zerredet, immer weiter verneint, sodass eben so etwas dabei herauskommt. Ich beschuldige gar nicht diese jungen Liberalen, das betrifft ja viele andere. Das ist eine logische Konsequenz dieser Entwicklung. Die Familie hat mindestens zwei sehr große wichtige Aspekte in dem Zusammenhang, in dem wir gerade reden. Erstens, sie ist natürlich ein Schutzraum für die Eltern, ein sexueller Schutzraum für die Eltern, die nicht permanent in einem Konkurrenzkampf um Fortpflanzung sein müssen, was ja Tiere sind, was große zivilisatorische Freiheiten ermöglicht und zweitens sind sie natürlich ein Schutzraum für Kinder. So, weiter geht's. An die Stelle, so, jetzt haben wir hier, genau, jetzt haben wir hier eine Aussage der Grünen, Grünen Jugend. Ich habe gerade gesagt, die Ehe wird angegriffen. Ja, die Grüne Jugend ist sehr bereit, die Ehe anzugreifen. Ziemlich ähnlich wie die FDP-Jugend, die unterscheiden sich kaum. Ihr seht, diese Logik wird hier von den Grünen gut durchgezogen. Die Grüne Jugend schreibt zum Beispiel, An die Stelle von Ehe und eingetragener Partnerschaft soll in Zukunft der Familienvertrag treten. Also die Ehe soll abgeschafft werden. In einem Familienvertrag können Erwachsene alle wichtigen rechtlichen Fragen miteinander verbindlich regeln. Und Kinder sollen auch Teil dieses Vertrages werden. Die Berücksichtigung von allen Familienformen mit mehr als zwei sozialen Eltern ist zentrales Anliegen. Auch Geschwister sollen miteinander Kinder bekommen und Familienverträge abschließen dürfen, ohne dafür bestraft zu werden. Also kurz, die Grünen ziehen das durch, was die Liberalen bisher nur andeuten, die Jugendorganisation. Abschaffung der Ehe, Familienverträge einführen, jeder mit jedem. Darauf läuft es hinaus. Die Konsequenz ist logisch. Ich kann das nachvollziehen. Gut, ich habe zum Schluss, natürlich wollte ich mit der Pressesprecherin sprechen. Das ist die Pressesprecherin Laura Schiritz, Bundespressesprecherin und auch Verantwortliche für Social Media von den jungen Liberalen. Ich habe sie angerufen, habe sie gefragt. Das haben sie ja jetzt mit zwölf Tweets begründet ausführlich. Ich habe dazu zwei Fragen. Die zwei Fragen, die ich hier stellen wollte, waren nämlich erstens, es gibt doch Opfer, nämlich die Person selbst und das familiäre Umfeld und zweitens, wie stehen sie dazu, die Ehe für alle zu öffnen, auch für Inzestbeziehungen. Und dann hat sie mir am Telefon gesagt, ja, sie möchte eigentlich darüber gar nicht mehr reden und sie möchten darüber auch keine Fragen mehr beantworten, weil so wichtig ist ihnen das Thema nicht. Es ist nur hoch im Internetkurs aufgekocht. Deswegen haben sie sich darüber ausführlich in Twitter haben sie ausführlich darüber geschrieben. Aber jetzt noch weiter darüber wollen sie nicht reden. Sie wollen auch nicht ständig nur damit in Verbindung gesetzt werden, sondern mit all den anderen wichtigen Einliegen für die Jugend, die sie so haben. Nicht ständig nur mit diesem Inzest-Paragrafen. Das ist für sie kein Schwerpunkt und so weiter und so weiter. Dann habe ich aber gesagt, ja gut, aber ich habe konkret Fragen zu dem und sie haben ja diese zwölf Tweets abgesetzt. Und dann meinte sie, ja gut, aber wir wollen jetzt nicht und so weiter. Dann habe ich sie gefragt, okay, darf ich sie dann so zitieren zu sagen, sie wollten meine Fragen nicht beantworten. Dann hat sie gesagt, nein, das können sie auch nicht sagen. Und dann meinte ich, ja okay, was soll ich dann tun? Und dann meinte sie, ja schicken sie bitte ihre Fragen per Mail, wir beantworten die dann vielleicht oder auch nicht. Habe ich gemacht. Sie haben mir nicht geantwortet bis heute Abend. Und entsprechend kann ich sagen, sie wollten nicht mehr antworten. Ich habe ihnen eben diese beiden Fragen, die ich euch gerade gesagt habe, geschickt. Gut, das ist die Situation aktuell. Ich hatte schon früher in Videos darüber gesprochen, dass das die logische Konsequenz ist, das wird passieren. In einer Gesellschaft und in einer Werte- und Normenrahmen, die sich von Religion vollkommen abwendet, von Gott abwendet und in der der Mensch und die menschlichen Gelüste und Ideen und Neigungen im Zentrum stehen und die Freiheit über alles gilt, da wird das passieren. Da wird Inzest erlaubt werden. Ehe für alle wird ebenfalls Inzest werden oder so wie die grüne Jugend es formuliert, Ehe wird abgeschafft und durch Familienverträge jeder mit jedem ersetzt werden. Ich freue mich auf eure Kommentare und bis zum nächsten Video. Ciao!